Hoi! Geh weg! Hab ich die? Hab ich die? Hoi! Geh weg! Du hast die! Nein, du hast die! Geh weg! Ist mir egal, ob ich jetzt in die falsche Richtung fahre. Exzellent! Darf nichts gegen den Pinto! 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 3,2,1... Go! Let's go! Wieso habt ihr eigentlich immer Koks dabei? Ich bin auf der ersten Stelle... Ich tippe eher auf Arsen, so wie sie lachen. Das ist doch der Ball! Das ist der Ball! Ich kann das nicht lenken, das Teil! Ich steck fällig! Ich glaube nicht von der Stelle! Das wäre mega geil! Richtig geil! Ah, schade! Nochmal! Ich hasse diese Karre! Jetzt kommen schon wieder keine Raketen mehr! Was soll denn das? Wir haben die alle aufgebraucht! Und dann habt ihr mich schon wieder verloren! Nein, ich weiß! Andi bestimmt! Andi, Alter! Du hast gewartet! Du bist so laut! Die Pintos hier nicht mehr durch! Hör weg! Meine Farbe! Oh man! Ich komme nicht mehr hinterher! Scheiße! Der hat die Sonne Raketen! Hahaha! Oh, das hat eine Scheißkarre, oder? Also... Nichts gegen meinen Pintos! Das leckt doch so! Nein! Wieso hat jeder Raketen? Nein! Wieso steckt jeder Raketen auf mich? Nein! Nein! Ist das jetzt dein fucking 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 Ernst? Du hast mir... Jaaa! Komm mit den fucking Minen, dein Ernst! Es ist jetzt langweilig! Hahaha! Ja, ein bisschen musst du das machen! Geh weg! Oh oh! Oh oh! Stimmt jetzt um der Ecke! Oh oh oh! Ich komme dahinter! Oh oh oh! Ich bin doch schon! Oh oh oh! Oh oh oh! Okay, den sieht aus! Da rumpst du im Karton! Ich bin doch nicht von der Stahlung! Ah ja, der glaubt wieder beide! Wow! Hahaha! Scheiße, ich bin auf der Autobahn gelandet! Da rumpelst im Karton! Ah ja klar! Juuu! Scheiße! Hat der gerade mal hinten geschossen? Nein! Hahaha! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Geh weg! Geh weg! Na jetzt! Na, na ja! Scheiße! Haha! Danke Artikel! Ich will nicht Uni!!! Nein! Nein! Sieh, Sieh! Sieh! Was war das? Wieso... Wieso ist das jetzt zu Ende? Warum selten ja? Das waren nur zwei Runden! Aber das... Achso, weil ich die Dinger... Na, pff! Hä? Was hast du hier gehabt? Da war doch gar kein Ziel? Doch! Doch! Das habe ich jetzt voll übersehen! Weil ich grad mitten dabei war, den anderen über die Mittelleitplanke drüber zu schieben! Na, ich wollte euch grad abknallen, aber ihr wart weg plötzlich! Schnell, schnell, schnell! Ja, Geld! Geld! Ganze 500 hast du bekommen, glaub ich! Wie? Geld! Also, das Rennen war cool, da können wir gerne noch mal anschauen! Nein! Das Karre fährt sich noch sch... Also, da fahr ich noch schlechter als sonst! Nächstes! 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 Aber das ist aber auf jeden Fall witzig gewesen! Ja, das war echt zu hoch! Ja... Was hast du denn da für ne Tätowierung auf dem Benen gerade gehabt? Ist ja ekelhaft! NICHT! 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 Was nehmen wir denn? Oh, Caprione. Nehmen wir alle den Blister-Kompakt. Wo ist der denn? Oh, beim Regen. Es regnet. Super. Aber schwer. Blister-Kompakt? Was für ein Kompakt? Das ist ich dein Ernst, oder? Nein. Ich nehm den jetzt. Nein! Boah, der wagen sieht eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Okay, dann fach ich halt mit den beiden. Boah, meine Sicht sieht aber sehr... Der wagen sieht richtig geil aus, so. Welcher, der Dinker? Ja. Gibt's auch als Motorrad, ne? Ja. Das Auto gibt's auch als Motorrad. Ich bin der Beste. Und der Chris versucht uns mit dem Corona einzuholen. Was heißt hier einholen? Ich will doch gar keinen einholen. Was? War das? Boah, ich hab'n riesen Leck gehabt, ey. Ey, ich hatte'n totalen Leck. Ich auch. Bei mir war Standbild beim Abschießen. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das heute ist hier. Juuu. Ich glaub' den Dinker muss immer schütteln. Was falsch... Oh, ne! Ach, scheiße. Ich auch. Ich muss auch wieder zurück. Du bist viel zu fett, Daniel. Ich bin nicht fett als der Janka. Boah, ich hab' zwei Dinge übersehen hier. Du hast mich schon was beleidigt. Nein! Warte mal, bist du auch wieder falsch? Daniel! Ich krieg' dich schon noch. Weh, ich hab'n Chris überholt. Oh, ich war so gut dabei. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfahren. Oh, scheiße. Nein, das hab' ich nicht mehr. Sandy, Sandy, wenn du auf Y drauf... Ach, auf F war der, ne? Ich glaub' F, ne? Da kannst du die respawnen. Okay. F. F, F. Ja, aber dann respawn ich am letzten stimmt, ne? F, F, ja. Dann hätt' ich nicht zurück, ne? Aber der Welker trotzdem da hinten ist, ne? Also, ich hab' mir so wenigstens Raketen... Irgendes ist da ganz weit vorne. Nein! Waaat? Er will sich persönlich nicht mehr anlegen. Boah, ist das Schleuder hier. Boah, wieso hab' ich jetzt Scheiße! Immer diese Majos, meinste? Come here and get you! Wartet auf mich, hier, das ist so öder. Okay. Ich warte. Ja. Ich, ich knall dich auch nicht ab. Ich, nein. Du kannst mich ruhig abknallen. Nein, mach' ich nicht. Ich knall' nur die ab, die nicht warten. Okay, ich warte auf dich. Ich will Mario mit mir... Ihr seid noch zu viel weg, erwarten doch nicht. Komm, lass uns Mario jagen, Andy. Ja. Ich vertrau' dir mal. Hier sind Raketen, wenn du welche brauchst. Okay, dann... Ah! Das muss ich ja jetzt! Hahaha! Hab' ich das richtig verstanden? Ich muss jetzt schnell fahren, oder? Wir wollen dich abknallen! Also warte! Wo fährst du denn hin? Nach Hause. Ich fahr' gleich ins Kühlenstudio. Fährst du hin? Ach so, warte, geh hin. Ach, stimmt. Du hast mich angeditzt. Scheiß auf die blöden Punkte hier. Du bist links drüber gekommen, irgendwie bei mir. Er ist gekommen? Ach, Gajo. Gajo! Gajo! Leute, ich hab' gerade einen riesen Fahrfehler gemacht. Wo muss ich jetzt... Sandy, wo bist du? Ich hab' da Rakete runtergeholt. Rakete runterholen? Ich hab' mit einer Rakete... Oh, ein Fußgänger! Ein dicker sogar! Scheiße! Jetzt bin ich in den Baum gefahren. Sandy, hast du sie noch alle? Einfach jetzt so runterholen? Was? Nein! Wen soll ich runterholen? Also, da gibt's so eine Liste. Leute! Was? Was? Ich hab' auch geschossen. Ja, was bin ich nicht getroffen? Was? Was? Ich hab' auch geschossen. Ja, was bin ich nicht getroffen? Was? Was sind denn vor mir? Wer fährt denn da hinten? Oder ist das schon ein Ziel? Wo bist denn du? Halt! Ich wollte einfach mal nach hinten schießen. Fahrt ihr eigentlich noch die Strecke lang, oder? Nö, eigentlich nicht. Ja, eigentlich schon. Weil mich steht die ganze Zeit auf die Strecke lang, oder? Das ist halt falsche Richtung. Okay. Aber ich versuch' ihr... Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich seh' einen Punkt, den wollt' ich folgen. Andi, du bist Beste. Beste. Ich weiß. Nö, ich weiß. Äh... Nautzatner. Lalalalalala. Chris. Chris. Ach, ich nehm' jetzt meine blöden Punkte wieder an. Boah, tschüss, tschüssi. Boah, ich hab'n Chris geknutscht und jetzt ist mein Auto wirklich down. Ahaha. Ich hab' ja eigentlich... Ich hab' ja eigentlich den Cooler genommen, weil ich gedacht habe, der ist gegen die Raketen immun, aber das stimmt ja gar nicht. Nein. Weißt? Meine Rakete ist weg. Juhuuu. Ach, das sind schon wieder zwei Runden, oder was? Nö, nö. Ich hab' noch nicht mal eine geschafft, glaub' ich, oder? Hi, Sandy. Guten Tag. Schwarz aus. Wieso drei Runden? Weil das drei Runden sind. Ja, weil, weil halt diesmal drei Runden sind. Das war Hamamama. Verdammt nochmal. Nö. Wo ist der Mario? Alter, den sieht man ja gar nicht. Der ist ganz vorne. Ja. Das Mario-Nöschen. Höschen. 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 Ja, wenn ihr nicht fahren könnt... Wir versuchen ja nix noch Spaß zu haben. Ja, ich hab' meinen Spaß. Ja, aber ich bin ja meistens alleine, aber wie soll ich denn da Spaß haben? Ja, eben. Du kannst ho... 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 Boah, wieder lecker. Hey, Sandy. Guten Tag. Hi. Geh weg! Hab' ich die, hab' ich die? Hi. Geh weg! Du hast die! Nein! Du hast die! Geh weg! Ist mir egal, ob ich jetzt falsche Richtung fahre. Was? Was machst du? Ich will dich gar nicht abknallen. Wer weiß es. Du bist doch. Du bist keins meiner Ziele. Ich ne echt nicht. Aber ich weiß mehr an deinen Zielen. Du stehst jetzt bestimmt um der Ecke da vorne. Klar stehst du da um der Ecke. Ich seh' dich doch. Ja. Warte auf dich. Ich trau' mich nicht. Ich trau' mich nicht. Um die Ecke. Um die Ecke. Ich will mit dir gemeinsam fahren, damit du ein bisschen Erlebnis hast. Mhm. Zeig' mal hier. Das eigene Erlebnis. Was ist das? Wenn du um die Ecke kommst, schieß' ich die Raketen nach vorne weg. Ja. Go, go, go. Sandy, was war das jetzt für ein mieser Spruch? Ja, zeig' mal hier dein Erlebnis. Der war da gut. Aber hab da ja, da hat. Aber wie ist das eh nachdem verstanden? Aber da hab da hab da hab da hab da hab da die. Hab da hu. Jetzt warte. Irgendwie ist mein Breifen im Arsch, oder? Dein Breifen? Mein Breifen. Dann ist mein Auto halb im Arsch, oder? Der steht ganz sicher. Hey, wer ist gerade mit deiner Runde da fertig geworden? Ah, was? Ja, mit der ersten. Nehm, du ja mit der ersten. Hallo. Ha! Endlich mal einen erwischt. Ja. Ich hab da schon das Ziel. Also wenn du mich nicht erwischt hättest du mich ins Ziel reingedrückt. Ich hab glaub ich ne gebrochene Achse hier. Scheiße. Oh, ey. Ich bin freundlich zu dir, ne? Ich wollte nur mal testen, ob das die richtige Taste war. Und ihr wart, und ihr wart leider grad beide auf meinem Weg. Oh, scheiße. Komm, wir bauen jetzt so ne Klopade vom Ziel. Aber jetzt ist mein Auto wieder ganz. Okay. Ja, immerhin. Juhu. Boah, mir wird gleich schlecht hier. Was war das? Ich hab'n Baum gekuschelt. Ich hab'n Baum gekuschelt. Von der Seite. Ich hole noch schnell die Raketen. Wer ist, wartest du mal? Ne, auf dich warte ich garantiert nicht. Boah, die lenkt sich aber auf das Haus. Hallo, Herr. Ja, ich will Raketen holen. Na eben. Na, schau. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. 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 Ich will nur Giftgrün davon. Wie? Was? Oh Mann. Ah, ich bin auf ersten Platz hier, Bitches. Das ist bei uns der letzte Platz hier. Wer auf den ersten, der ist voll scheiße. Was? Was? Voll bleigepunkt? Nein. 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 Boah, die gescheiß Karre hier. Oh, warte. Nein, nein, nein. Nein, ich habe auch Raketen gehabt. Nein, 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 nein. Das kann man ein. Oh, nö. Ach, Mann. Oh, nö. Sandy, komischerweise fährst du mir immer über den Weg. Ja, weil ich so langsam bin, wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Leider, ich bin wieder und habe so viel ins Ziel gefahren. Das kann ich irgendwie anscheinend so gut. Oh, da kommt der andere. Nein. Und schleubert der dann immer so. Wie viele Autos stehen hier schon rum? Oh, scheiße. Gibt es hier irgendwo Raketen? Nein, ich habe keine. Ich bin in die Stadt, was ich dir rückgetraut bin. Ich habe eine, aber ihr seid ja nicht in Anir. Der hat eigentlich den gepanzerten Kaduma. Der Chris. Chris. Wow. Ihr seid jetzt alle fertig, wa? Na, ich warte noch. Ja, das schaffe ich eh nicht mehr. Wie viel habe ich noch Zeit? Drei Minuten. Und eine Runde. 15 Sekunden. Echt jetzt? Fahrrin, fahrrin. Ja, da muss ich jetzt reinfahren, leider. Nicht schlimm. Blub. Blub. Ich bin jetzt reingekrochen. Ah, er ist reingeschliffen. Oh Gott. Er ist reingekrochen. Boah. Und da. Und noch gequasht. Ich bin zweites. Das wusste ich schon immer. Boah. Und ich habe den ganzen großen Spaß davon. Jetzt haben wir doch schon wieder zwei Rennen, oder? Ja. Ja, dann sage ich jetzt mal wieder Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Komm, nie wieder die Zuschauer. Komm ihn Cell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017